This is Shuttle Launch Control. T-minus 10. Power supply stable. Engines are ready. Hey! Was machst du da? Keine Sorge. Jeder ist beim ersten Manifest. Denk einfach daran, was du in Houston gelernt hast. Houston? Ne, YouTube? Ich hab so ein Tutorial geguckt und ein Kumpel hat merkt, wie das hier geht. Das kann ja nicht so schwer sein. Raketenstar. Du würdest ja auch nicht ohne professionelle Ausbildung eine Rakete steuern, oder? Wieso trainierst du dann so? Bei Online-Trainer-Lizenz lernst du, wie es richtig geht. So einfach wie YouTube-Videos schauen. Online-Trainer-Lizenz. Flexibel. Einfach. Klug.